Kann vielleicht Shanks doch böse sein und damit ein zukünftiger Antagonist innerhalb der Serie? Ja, das ist so ein Ding, was manche in der Community teilweise echt stark sogar beschäftigt. Ich will dazu einfach die Faktenlage mal klarstellen, die Wahrscheinlichkeiten abfügen, was vielleicht eher passiert und was nicht, und dazu auch natürlich ein paar Sachen klarstellen, was wirklich Sache ist. Also Freunde, damit ihr auch zukünftig immer auf dem Laufenden bleibt, vergesst nicht ein Abo und Like da zu lassen und ich wünsche euch viel Spaß beim Watch. An sich verstehe ich ja auch schon so den Appeal dieser Idee. Shanks ist viel zu mächtig und dazu noch viel zu gut. Normalerweise gibt es nicht allzu viele Charakter in Fiction, die so ungefähr sind. Und obendrein ist Shanks halt sehr stark mysteriös. Was den Rahmen aber wirklich gesprengt hat, ist halt diese Mary-Joa-Thematik, dass er dort einfach scheinbar random aufgekreuzt ist und die daraus entstandene Theorie zu seinem Zwillingsbruder. Väter hat dann Shanks auch mal seine Krallen ausgefahren, hat seine Endboss-Aura richtig gezeigt, selber deklariert, dass er dem One Piece hinterher ist und eben als Kirsche obendrauf die Kid-Piraten komplett dezimiert und ihre Rob-Pornoglyph-Abzüge an sich gerissen. Damit ist Shanks also im Rennen um Zone Piece sehr gut am Start und ein offizieller Rivale zu Raffi und Blackbeard geworden. Im ganz aktuellen Manga-Geschehen wurde ja auch nochmal etwas mehr Wirbel um seinen potenziellen Zwillingsbruder gemacht und jetzt sind wir eben an diesem Punkt, wo man nicht so ganz genau weiß, was sein kann und was wirklich tatsächlich ist. Als erstes muss ich natürlich verdeutlichen, dass ich sehr großer Anhänger dieser Theorie bin, dass Shanks einen Zwillingsbruder oder zumindest sowas ähnliches besitzt. Ich bin einfach nicht der Meinung, dass Shanks irgendwas den Fünf Weißen zu sagen hat, höchstpersönlich deswegen auf Mary-Joa geht und das für alle auch einfach komplett okay ist. Es ist ja auch an sich relativ einfach. Es wurde ja nämlich etabliert, dass die Weltregierung so ziemlich die böseste Organisation ist, die die Welt überhaupt gesehen hat. Blackbeard oder sonst irgendein potenzieller böser Pirat könnten nicht mal ansatzweise daran kommen, um dieses Verhalten von Shanks auch nur zu rechtfertigen. Es wurde zwar etabliert, dass Shanks zur Fiegerland-Familie gehört und dementsprechend auch Tenryubito-Blut besitzt, das Ding ist aber auch hier nochmal, es ist normalerweise auch nicht so ausschlaggebend. Wir haben schon öfter in der Geschichte gesehen, nur weil man irgendwie mit Tenryubitos verkehrt oder selbst wenn man einfach andere Wertevorstellungen besitzt, dann ist man ein Ausgestoßener und hat normalerweise auch keine Macht wie ein Tenryubito. Die Donkey-Shot-Familie war dafür wahrscheinlich sogar das beste Beispiel. Doflamingo und seine nahen Verwandten waren ja, egal ob sie ein Kind waren oder nicht, komplett ausgestoßen. Auch Donkey-Shot-Mosgard hat ein ähnliches Schicksal, weil er hat sich nämlich nicht genug wie ein Tenryubito verhalten und sich auch in Anführungszeichen gegen seinesgleichen aufgelehnt. Deswegen wurde er ja von Fiegerland-Garling hingerichtet. Jedenfalls, lange Rede kurzer Sinn, ich bin mir ziemlich sicher, dass Shanks auch wegen diesen Gründen selber keine Rechte als auch Autorität mehr besitzt. Und ja, und ja, damit ist es einfach so eins der wichtigsten Sachen, warum ich überhaupt so stark von dieser bösen Zwinningsbruder-Theorie überhaupt überzeugt bin. Kommen wir aber mal zu einem anderen Gedankengang. Es ging ja auch rum, dass unter anderem Shanks ja einfach alles geplant hat. Also sprich dieses ganze Gum-Gum-Frucht-Manöver und da Shanks auch bewusst von Dorf zu Dorf gereist ist, nur um Joy Boy zu finden und ihn mit der Frucht zu vereinen. Und ehrlich gesagt glaube ich sogar persönlich, dass es genauso ist. Er hat bewusst mit seiner Piratenbande ein Weltregierungsschiff überfallen und genau diesen Schatz erbeutet. Es ist normalerweise kein Verhalten, was wir von Shanks so kennengelernt haben und trotzdem hat er das so durchgezogen. Sein generelles Verhalten würde ja auch sonst gar keinen Sinn ergeben. Ich meine, er ist immer mit dieser Frucht rumgelaufen, so mit der ganzen Schatztruhe und hat sie nicht zu den anderen Schätzen gelegt. Selber hat er sie auch nie gegessen, also muss er auch rein theoretisch sie für irgendwen aufgehoben haben. Aber ab hier muss man sich tatsächlich streiten. Hat Shanks das Ganze durchgezogen, um tatsächlich Joy Boy zu finden und damit die Welt zu retten? Oder war seine Motivation durch Joy Boys Hilfe selber ans One Piece zu kommen und es wirklich nutzen zu können? Es war ja von Anfang an klar, Roger war viel zu früh dran. Er war nicht in der Lage, die Welt zu retten, das One Piece zu nutzen und das besonders nicht mit seiner begrenzten Zeit. Auch seine mächtigen Crewmitglieder, die ihn deutlich outlifft haben, waren nicht dafür vorgesehen, dieses Ding zu Ende zu bringen. Auch sie mussten warten, bzw. auf jemanden warten und damit ist ganz klar der zweite Joy Boy gemeint. Rafi, also die Person, die unterbewusst Joy Boys Willen geerbt hat. Und weil wir eben Ahnung haben, da Shanks deutlich mehr weiß als wir und dazu auch die One Piece hinterher ist, kann man die Zukunft, wie sich das Ganze entfaltet und seine wahre Intention, die eigentlich gemeint ist, gar nicht so richtig klarstellen. Mein persönlicher Take ist aber, dass es so eine Art Mischung aus dieser ganzen Geschichte ist. Ich bin der Meinung, dass Shanks a. natürlich die Welt retten will und das durch Joy Boy, aber auch andererseits wirklich selber gerne auf Love Deal kommen und das One Piece finden. Es ist so ziemlich der Traum von jedem Piraten. Der Traum, den Shanks auch besonders selber als Kind hatte und ich sehe einfach nicht so wirklich den Grund dahinter, warum er ihn gerade aufgeben sollte. Ich meine, es ist ja auch relativ offensichtlich. Shanks will in Rogers Fußstapfen treten. Das macht ja auch aktuell ziemlich gut, er ist auf einem extrem guten Weg. Er hat sogar einen Angriff von ihm kopiert. Aber in erster Linie gehört es dazu, dass er nicht zu einem großen Held wird, sondern seine Freiheit genießt und einfach so sein Abenteurerleben lebt. Auch er ist schlicht einfach der letzten Insel hinterher. Das hat er sich mit Buggy versprochen. Es ist ein in Anführungszeichen magischer Ort, den warum auch immer keiner erreichen kann. Und insgesamt ist es auch für mich eigentlich klar. Shanks ist kein Typ, der seine Träume wirklich wegwirft. Nur weil Shanks das One Piece findet, heißt es auch nicht, dass Joy Boy, also Ruffy, die Welt nicht befreien kann. Shanks hat lange gewartet, er ist sicher gegangen, dass Joy Boy sein Awakening feiert. Ruffy hat sein Gear 5 erreicht und damit ist ja eigentlich die Welt schon in sicheren Händen. Erst danach hat ja Shanks offiziell deklariert, dass er dem One Piece hinterher ist. Wenn ihm wirklich das Schicksal von Ruffy, als auch der Welt, kein bisschen am Herzen liegen würde, dann hätte er schon viel früher Raw Ponybifu-Abzüge gehabt, sie für sich gebunkert und am besten vom Rest der Welt gegatekeept. So ist es aber nicht gelaufen und darüber hinaus wacht Shanks immer noch über Ruffy und versucht Blackbeats Pläne weiterhin zu vereiteln. Ich glaube im Großen und Ganzen muss man einfach akzeptieren, dass Shanks von vornherein ein sehr guter Charakter ist, mit klar definierten Werteverstellungen, Zielen und Träumen und das alles wird ziemlich gut deutlich gemacht durch den kleinen Fakt, dass er eben von Goldie Roger höchstpersönlich großgezogen wurde. Ich kann mir einfach echt nicht vorstellen, dass jemand, der wirklich alles von Goldie Roger gelernt hat, von der Moral irgendwie verwerflich sein könnte. Buggy ist in dieser Hinsicht so eine kleine Ausnahme, weil er sowas wie eine Art Burnout bekommen hat. Er wollte nämlich aufrichtig, dass Shanks ja wirklich direkt schon in die Fußstapfen Roger tritt. Das alles wurde etwas komplizierter und das hat dann Buggy irgendwie nicht gepasst. Aber jedenfalls, wie gesagt, Shanks ist auf keinen Fall ein böser Charakter. Er ist zwar ein Rivale um Sunpeace und damit theoretisch auch einer der potenziellen Gegner für Ruffy, aber das alles eben nicht mit irgendwelchen bösen Hintergedanken oder Intentionen, sondern eben einfach nur aus dem kleinen Grund, weil beide Charakter den gleichen Traum verfolgen und es nur einen geben kann. Das bedeutet auch nicht, dass es, wenn es überhaupt so weit kommt, dass sich einer von beiden gegenseitig versucht umzubringen oder so. Aber es muss sich ja eben irgendwie entscheiden und normalerweise ist der Kampf so der Way to go Move. Natürlich steht aber auch nochmal im Raum, ob es überhaupt so weit dazu kommt. Dieses ganze Blackbeard-Thema macht ja schon so einen wenigen kleinen Strich durch die Rechnung. Ist er stärker als Shanks? Wird er Shanks besiegen? Wird er Shanks umbringen? Oder was genau wird er am Ende des Tages eigentlich so vorfallen? Der Kampf an sich ist schon mehr oder weniger ein Stein gemeißelt. Auch das Ding zwischen Blackbeard und Ruffy muss auch nochmal irgendwann passieren. Es ist halt eben nur die Frage, wann und wie das Ganze überhaupt so ablaufen wird. Aber das war auch nur insgesamt meine Sicht der Dinge. Ich bin echt gespannt, falls ihr da auch eine eigene Vorstellung habt. Gerade auch, wenn ihr der Meinung seid, dass Shanks doch der Böse ist. Bin ich echt gespannt, wie eure Argumente dazu aussehen. Aber auch sonst könnt ihr mir sehr gerne eure restlichen Gedankengänge unten in den Kommentaren da lassen. Das war's aber auch vom Video. Wenn euch so ein und wie's Content gefällt, vergesse ich ein Abo da zu lassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!